Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Live is Feudal an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Wie immer mit dabei sind natürlich unser Barock, Kuckuck, unser Salentin, unsere Silkehne, unser Fritz Paulus, unser Neuzugangsguiden und natürlich wieder meine Wenigkeit. Wie ihr seht, unsere Küche brennt wieder mal lichterloh, das Leuchtfeuer von Planlos. Diesmal war es nicht, Fritz? Ich bin beeindruckt. Und dürfte ich nochmal kurz anmerken? The roof is on fire. Ey, das war meins. Ja, deswegen. Dieb. Wenn du es nicht schon wiederbringst. Meine Antwort. Meine Zitate. Mir egal. Du hast übrigens wieder den Namen verkackt. Jetzt wird wiederum gepiesackt, ja? Ach, mein konnte auch schon nach 30 Folgen ausbrechen. Hey, wenn mir einer reingedrückt wird, muss ich zurückschießen. Hey, ich glaube, ja, im Lagerhaus sind ein paar Holzlatten. Haut euch die doch gegenseitig ins Gesicht. Nee, lass mal, das tut doch weh. Aber es macht Spaß. Das machen wir auf dem nächsten Markt. Mit Zeltstangen. Apropos Zeltstangen. Und Markt. Hier ist klar, was für unser Zelt für eine Stange hat, ne? Ne, meins auch? Seins nicht? Nein, aber wir haben bei uns im Keller heute beim Aufräumen noch Stangen gefunden, die da im Zelt dazugehören. Meim? Ja, deine Außenstangen. Ich habe exakt drei Stück. Wieso habt ihr meine Außenstangen? Nein, du hast vier. Du hast zwei Innenstangen und zwei Außenstangen für den Eingang. Er hat sogar fünf, weil oben ist eine Querstange. Und die ist durch zwei geteilt, also sechs. Du meinst die, äh, Holzstangen mit den grünen Kartoffelstampfernen obendrauf? Keine Ahnung. Mit den deutschen Handgranaten, mit diesen grünen Metalldingern? Nein. Wüsste ich nicht. Oder habe ich die Metallteile bei mir im Hering-Sack? Das musst du doch wissen. Weißt du, wann ich mein Zelt das letzte Mal aufgebaut habe? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ja. Also wenn wir jetzt gerade mal rumsteckern sind, ne? Er vergisst ja sogar, dass er die Öfen an hat zu kontrollieren. Schon wieder. Nein, die sind nicht an. Mittlerweile. Ich schmelze gerade die Esse, also. Mittlerweile sitzt sie nicht mehr an. Genau das ist der Punkt. Ich habe sie das letzte Mal runter, äh, leer geschmolzen und danach habe ich sie nicht mehr angestellt. In einen habe ich nochmal wieder ein bisschen Erz reingeschmissen. Und dann sind mir Dinge dazwischen gekommen. Ist das dein Ernst? Die Öfen sind eine Zeit lang nicht in Betrieb? Ich hatte genug anderes zu tun. Was? Todesstrafe. Wer ist denn hier der zweite Schmied? Machst du Holz? Dann schmiede ich. Ist okay. Ich weiß, wo noch eine Toilin-Nier-Lanze ist. Ich will da schon gleich kommen. Bord und Totschlag bei Planen los. Ich würde ja sagen, ich komme nicht besuchen. Aber ich weiß weder, wo du wohnst, noch bin ich gewillt, weit zu fahren. Ja, 700 Kilometer etwa. Ach, das geht hier noch. Ja, 700 Kilometer. Also fast ums Eck. Dann sind wir auf einer Arschbacke. Ja, du, ja. Du definitiv. Vor allem, wenn du schneller fahren darfst als 80, ne? Ach, verdammt. Jetzt wollte ich den Knochenleim gerade unten in meiner neuen Gerber-Ecke machen. Das funktioniert aber nicht. Wieso, weshalb, warum? Ja, weil du dafür eine Kochstelle brauchst. Ja. Die Küche brennt übrigens immer noch. Lass sie brennen. Ich habe gerade andere Arbeiten zu tun. Dann mache ich erstmal gegenüber auch den großen Kessel. Wie viel Knochenleim brauchtest du? 34? So viel, wie du gerade machen kannst. 90? Reicht erst mal. Jo, reicht. Machst du wohl Rad ab. 90 Knochenleim, das brauchst du ja in diesem Jahr nicht mehr auf. Jyuka, Challenge angenommen, oder? Wenn die Schmiede mitmachen... Gerne. Okay, ich brauche ganz, ganz viele Metallbänder. Ich mache dir erstmal die 36, die du bestellt hast. Bis dahin ist die Schmiede eh wieder hin. Stimmt. Dann haben wir noch eine Esse, die wir alternativ nutzen können. Irgendwann brennt das ganze Dorf und die Jyuka kommt nicht mehr mit den Reparatur-Kids hinterher. Ja, und hat keine Schmiede mehr, um Nägel zu kriegen oder so. Mal den Teufel, doch nicht an die Wand. Ja, dann mach doch mal deine Arbeit. Ey. Musst du mir jetzt gleich selber Reparatur-Kids machen, oder? Benutzt du gerade die Küche? Ne, die kann ich ja nicht benutzen. Ja, die brennt. Was brauchte man überhaupt für Reparatur-Kids? Nägel und Hartholz-Scheite. Nein, welchen Skill? Äh, reparieren. Ach, Gebäudewartung heißt der, okay. Dann bräuchte ich nur ein paar Mauern ziehen. Ich bräuchte nur ein paar Mauern bauen. Ich hab Hilfe. Äh, falscher Baum. Echt? Das ist ein halb ausgewachsener. Wenn der noch eine Stufe Hartke hat, dann eine ganz glatte Rinde. Dann ist mehr drin. Hä? Geh, die Eiche kannst du nehmen, die ein bisschen weiter steht. Aber danke, Hilfe, juhu! Fritz, vertreibst du eigentlich die ganze Zeit? Ich mach hier hinten beim, sag schnell, bei der Apotheke alles planen. Achso. Hast du Tiere mal wieder kontrolliert? Ja, war ich vorhin. Was heißt das, vor einer Stunde oder? Oder kannst du die vom Skill noch nicht? Nee, halben Stunde. Kannst du die vom Skill noch nicht, die Eiche? Ähm, das ist ein 90er. Achso, ja. Dann, nö. Ein bisschen weiter noch die Ulme, die ist fertig. Schock, die hat so einen ganz glatten Stamm. Die ist so reingedreht. Also das mit der Holztreppe hier war echt, ist echt eine coole Sache. Freut mich immer wieder, benutze ich sehr häufig. Sieht auch einfach cool aus, diese Dinge, ne? Ja. War eine gute Idee. Muss man ja mal sagen. Danke. War das deine Idee? Nö. Wollte ich gerade sagen. Dann hätte ich nämlich auch gesagt, dass es schlecht war. Hahaha. Ich würde ja sagen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, aber dann kriege ich es nur auf den Sack. Vor allem ist das, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem wäre, dass ich daran Spaß hätte, auf den Sack zu kriegen. Also die Masochisten wieder, ne? Also ich bin mir ja jetzt nicht wirklich sicher, wenn ihr bei euch wirklich zoffen würdet. Also wirklich. Ich wüsste nicht, auf wen ich mein Geld setzen würde. Barock. Na, Herzinfarkt vorher umfallen. Ja, ich reg mich ja nicht auf, das ist das ja. Nein, aber hinterherlaufen ist anstrengend. Das hat schon ein Gladiator und einen alten Rum das Leben gekostet. Ich würde nicht schnell genug wegkommen. Wenn du das einmal gesehen hast, wie schnell der Typ rennen kann, dann überlegst du dir das zweimal. Ja, aber das ist Masse in Bewegung. Das geht nur in eine Richtung. Kurven kriegt er nicht hin. Das glaubst du. Da spricht die bittere Erfahrung, ne? Wenn du dir denkst, ha, ich bin klein und wendig, das kriege ich hin. FAM, kriegst du auf den Sack. Das täuscht unglaublich. Wenn man weiß, wie man die Masse verteilt und wie man sich bewegen muss, dann hat der Gegenüber echt ein Problem. Essenskiste steht an der brennenden Küche, oder? Gegenüber an der Mauer. Gegenüber. Direkt bei der Küche an der Ecke ist die Truhe mit... Wow. Nicht farben. Lauf mir doch ins Pferd rein. Hast du den Matrix-Ausweich-Move nicht gesehen noch? Sag gut aus, ja. Gleich ein Folgentitel. Matrix. Brauchen wir aber noch ein paar Agent Smith. Ja. Ein paar? Warte, wer schmiedet Sonnenbrillen? Ich brauch Glas. Das war's. 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 so ich habe noch mal 33 knochenleim in die schreinertruhe getan ja da ist der knochenleim drin gut dann räum ich die nummer diese sandpacks sind so nev weißt du was ich mich gerade frag macht den lanzenangriff noch mehr schaden wenn man das vom schlachtrost ausmacht mit der geschwindigkeit ich muss mir glaube ich gleich mal ein hirsch suchen das boot kam auf vier hufen das sind so fragen die beschäftigen mich bald reitet er nur noch mit seiner lanze über das über die map und killt alles brundet was ihm in den weg kommt das wäre lustig und dann kommt das kommentar mädels ich habe euch was zu essen mitgebracht sogar schon aufgespießt dann geht uns einer der stelle hops und wir brauchen irgendwas zu empfangen und es ist nichts mehr da weil überall auf der insel kadaver verteilt liegen kann das sein dass das mit der rüstung was wir letzt mal nicht hinbekommen haben dass man dafür eventuell ein schweres schlachtrost braucht wirklich kannst du die fortbildenden nehmen dafür brauchst du aber auch ein skill also damit ihre dann reiten kannst richtig lemmy ist ein ganz schöner schluderer silkena ja du sagtest kies rutscht grundsätzlich immer ab nein er rutscht weiter ab wie boden deine rutschen maximal also auf zwei meter unterschied runter pro feld erde kannst du auf vier meter pro feld unterschied machen kommen wir ganz kurz zum haus also zu den spielplätzen bald wo bist du bei der brennenden küche das ist nicht die schmiede kommt drauf an welche du jetzt meinst wir haben da hinten keine schmiede noch ja das ist weder auslegungssache noch irgendetwas anderes so was willst du die felder hier vorne sind ja auf 18 5 unten ist 17 kann ich oben noch kies hinsetzen gut das heißt ich könnte auch theoretisch hier kies hinsetzen um die runter zu gehen einen punkt ja gut weil hier sollen nämlich die untergang für die doppelte straße sein die hier unten als haus anschließt weil mein nächster plan ist nämlich hier eine kreuzung hinsetzen und hier wo fritz gerade schön am schütten ist also die ecke kommt das nächste geld ja ok mit einer straße hoch zum berg wo dann der bergfried gebaut wird also das hier kriegst du nicht planiert dann geld das kriegst du nur so wie es jetzt ist so schräg ich weiß ich meine nur also planiert kriegst du nicht aber aufschritt mit gieß geht ok hast du hier drüben ja auch schon eins das war bevor der patch war das hat mit dem patch nichts zu tun das ist schon seit gleich wieder später nein das schöne ist jetzt schmeißt mir hier zu schön erde rein das passt alles selbst davon ich hole mir auch eine träne zwar von wir machen jetzt kämpfchen kies kies gerade nicht genug zu tun haust du nicht gerade auf der ding ein ja warum willst du dann nicht auf mich einhauen das gilt es auch kavallerie dann hole eine waffe ich kann nur bis die ersten öfen durch sind das kann ich ach so so kann ich nicht absteigen und mit gezogener waffe kannst nicht absteigen ich bin Eben die scharfen Waffen runternehmen, nicht, dass ich aus Versehen eine Falsche ziehe. Wäre bitter. So. Kannst losgehen? Jo. Alter, hast du eine Reichweite. Schöner Bär auf dem Schild. Ja, ne? Sieht gut aus, ne? Alter, du hast durch den Schildblock geschlagen. Alter. Boah, what? Der hat gesessen, würde ich sagen. Stehst du wieder? Ja. Ja. Auch jemanden hauen, der am Boden liegt, ist unsportlich, weißt du ja. Daneben. Die haben wir getroffen. Der hat den Dummy gehauen. Alter Schwede, ne? Wie habe ich denn jetzt Naturkunde beim Kampf erhöht? Habe ich da irgendwas von der Natur umgehauen, oder was? Hatte ich aber auch schon, wo ich gegen Fritz gekämpft habe. Eben Schlag Naturkunde. Das ist so lustig. Ja, tatsache, ich skill Naturkunde aus unten. Alter. Schon wieder ein Kopftreffer, weh? Ja, ich bin auch im Minus. What? Warte, ich guck'n, ob ich dir hochhelfen kann. Ja, minus sieben, minus sechs. Na, das geht ja. Oh, Bettruhe. Stimmt, aber ich hab' auch Naturkunde gesteigert. Auf mich zu segnen. Ich will deinen Segen von deinen Göttern nicht. Den hast du schon. Verdammt. Kannst dich ja nicht wehren, kannst ja nicht weglaufen. Was war das denn? Das war Wiederbelebung. Hat aber eigentlich nicht geholfen, ich war schon wieder oben. Ja. Alter, das sind aber harte Treffer teilweise, die du da gekriegt hast. Kannst du dir noch nicht klein sägen, oder soll ich das machen? Mach du. Du bist glaubst, schneller. Ja, aber dann gehst du. Wir haben uns aber gegenseitig ständig einen auf den Kopf gehauen, ne? Mhm. Ich hab' auch versucht, viele Oberhaue zu machen. Ja, die machen auch am meisten Bums. Hast du noch Platz in dem Karren? Ja, ist gerade voll. Okay. Bringst du auf der Rücktour wieder Steine mit? Ja, mach ich. Aber was mir jetzt ein Rätsel ist, warum skillt der Naturkunde beim Kämpfen? Vielleicht soll er mit den Holzwaffen kämpfen? Nee, 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 nee. Weil hier... Das hat, glaub ich, was mit der Rüstung zu tun, die man trägt. Nein. Der hat nämlich... Immer wenn ich den Treffer gekriegt hab, hat der Naturkunde geskillt. Also, ich hatte damals keine Rüstung an und Fritz auch nicht. Und... Die leichte gepolsterte. Hatte ich damals auch nicht. Ja, ich muss sagen, ihr habt ja die normale Kleidung von mir schon. Hatten wir damals nicht, das war ziemlich am Anfang. Ja. Warte mal. Bist du gerade am Gießen? Gerade nicht, nein. Hau mir mal eine mit der Faust. Muss schon treffen. Oh, warte. Ne, jetzt hat's nicht gesteigert. Treff mal das Gesicht. Alter. Ja. Wenn du meinen Kopf triffst, wo ich nur die einfache Kleidung trage, steigerst du eine Naturkunde. Warte, ich nehm den Helm mal ab. Jetzt nochmal. Ja, jetzt steigere ich sie nicht. Cool. Also, das liegt an einfacher Kleidung, die man schon trägt. Interessant. Soll ich nochmal komplett die Späde hoch reparieren? Ja, bitte. Oder nur so lange, soweit, dass die... Je mehr du reparierst, desto weniger muss ich es später machen. Ups, Weichholz, nicht Hartholz. Also, die Schmiede ist ja sowieso nicht kaputt, ne? Die ist nur... Beinhaar auf Halb. Es geht um die Küche. Dann sag doch nicht Schmiede, Mensch. Entschuldigung. Die Schmiede musst du auch nach wie vor ein bisschen reparieren. Mach die Küche einfach, bis sie nicht brennt. Wir nutzen den Topf gegenüber, bis wir die neue gebaut haben. Sobald das Monument in Reichweite ist, werde ich die entfernen. Der Brunnen ist gut zum Stoppen vor dem Lagerhaus. Ja, aber... Ich muss mich erstmal die Mauer fertig bauen. Fritz bringt hier auf den Rückblick glücklicherweise ordentlich Steinen mit. Weil jetzt, nachdem Barock hier umgezogen ist, sieht es hier oben noch schon viel ordentlicher aus. Meine Arbeitsecke sieht auch viel ordentlicher aus. Das hört mir gerade mal ein. Ich muss ja noch einen Satz Kleidung herstellen. Stimmt. Ich gucke mal, ob ich genug Stoff habe. Bei dem Nickname würde jetzt auch das Frau-Antier-Häubchen passen. So, Küche brennt nicht mehr. Dann haue ich die restlichen in die Schmiede. Boah, wie man, wenn man auf über 90 ist, auch nur noch im Null. 0,00 Bereichs gilt, ne? Dann rate mal, wie lange es gedauert hat, bis ich 100 in Handwerk gekriegt habe. Fünf Minuten. Ein paar Folgen waren es schon mehr. Gehör, sechs Minuten. Apropos, ich müsste das Monument mal wieder kontrollieren, wie der Radius sich ausgedehnt hat. Ich habe dir noch ein paar Ringe in die untere Kiste gelegt, bei der Schmiede. Könntest du gerne opfern. Sobald wieder Bedarf ist, ja. Ich müsste mir ja eh meine zwei verlorengegangenen neu machen. Apropos. Äh, Daniel? Ja? Bei der Schmiede in der unteren Kiste, die vorne steht, liegen Silberringe drin. Die kannst du dir auf deine Ringslots auf T ziehen. Die bringen dir Glück. Das ist schön. War's gut? Nochmal bitte? War's nicht das Glück gut? Äh, bringt dir so einen minimalen Bonus auf alles Mögliche. Und zum Beispiel, negative Events kommen seltener. Du hast dir einen Ast ins Auge gehauen. Okay. Und mit etwas Glück hast du einen Weg gefunden, diese Aktion schneller auszuführen. Tritt dann auch häufiger auf. Also wenn du dann Aktionen beschleunigen kannst. Ja. Okay. Und mit etwas Glück hast du dir. so eure schmiede ist wieder auf 9000 und 351 tuch schade nicht mehr genug wolle auf lager ich muss erst wieder was geben hier ich fliege hast du drogen genommen ich schweb mal wieder in der luft wo hängst du jetzt wieder fest oben an der mine ich komm ich kann dich mit der lanze da raushauen wie gönnt ihr mir ein bisschen spaß oh gott du hängst an der mine waren wie hat er denn schon wieder gemacht der wagen fliegt jetzt zur rache toll ich habe übrigens schon 200 wasser jetzt verbraucht so das brennt nicht mehr das ist fertig hier ist die neue schreinereienbau hier kommt das tor aus hin ich kann von unten wasser schöpfen genial bin stolz auf dich ja ich hab's drauf ne dieser skill ist unvergleichlich unglaublich ich gerate quasi in ekstase klingt auch so bin ja auch gelernter schauspieler das mit dem emotionen gründlich rüberbringen das ist so eine sache ja auch gelernter schauspieler Итак äh 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 me mü 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 Boah, da hat er gerade geschippert. Mit etwas Glück hast du einen Weg gefunden, diese Aktion etwas schneller auszuführen und das beim Schmelzen. Juhu, so gut. Herr Fritz, die Erde demnächst hier oben weiter absch... Ne, passt, hab nichts gesagt. Alter, wie viel geht das jetzt deutlich schneller? Ja, das merkt man schon, ne? Wurde, wenn du die Aktion schon mehrmals hattest. Ah, ein, zwei Mal hätte ich die jetzt. Na toll, der Rahmen steht natürlich falsch rum. Muss ich nachher umdrehen. Genau, ein Rahmen falsch rumgestellt oder was? So, ihr Lieben. Hallo Skou und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Dann könnt ihr erleben, was wir morgen treiben. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö.